Und jetzt kommt der Punkt, was der Projektleiter denn können muss oder was er sein muss als Mensch, um ein guter Projektleiter zu sein. Wir unterscheiden also fachliche Kompetenz und auf der anderen Seite die persönliche Kompetenz. Wir können auch sagen, was muss er können und wie sollte er sein als Mensch? Was sagen Sie? Wie sollte ein guter Projektleiter sein als Mensch und was sollte er können? Sozialkompetenz wäre eine persönliche Kompetenz. Was ist Sozialkompetenz? Wir können es aufnehmen unter persönlicher Kompetenz, können wir sagen Sozialkompetenz. Wir können aber auch Sozialkompetenz als Oberbegriff sehen. Wobei ich sagen würde, ein Projektleiter sollte nicht nur Sozialkompetenz haben, aber der Reihenab, sonst geht es durcheinander. Was ist Sozialkompetenz? Sozialkompetenz. Umgang mit anderen Menschen, Empathie, Wertschätzung, Respekt. Das ist Sozialkompetenz. Und das sind sicher Dinge, die ein Projektleiter haben sollte, damit sein Projekt erfolgreich ist. Methodenkompetenz sollte er haben. Genau, Methodenkompetenz. Was ist Methodenkompetenz? Genau, dass er mit Werkzeugen umgehen kann, dass er die Werkzeuge kennt und weiß auch, welche Werkzeuge passgenau hier anzuwenden sind. Das ist Methodenkompetenz. Ja, das sind vor allem auch heute digitale Werkzeuge. Das ist Software. Ja, Software zum Projektmanagement. Gibt es eher zu viel als zu wenig. Ja, da gibt es einiges im Angebot. Und da sollte der Projektleiter Kenntnisse haben, welche Software man hier als Hilfsmittel verwenden kann. Das ist Methodenkompetenz. Er sollte sich auskennen mit Zeitmanagement. Zeitmanagement-Methoden. Auch das ist Methodenkompetenz. Okay. Welche persönlichen Qualitäten sollte er noch haben? Also wir haben jetzt die Sozialkompetenz. Wir können unter den Persönlichen die Methodenkompetenz mit aufnehmen. Könnte man auch unter Fachkompetenz fassen. Das ist wieder eine Frage der Definition. Das machen wir in der Prüfung so ein bisschen von den Punkten abhängig. Wenn da steht, nennen Sie oder erläutern Sie drei persönliche und drei fachliche Dinge. Da müssen wir ein bisschen umetikettieren. Ja, das dürfen wir. Wir haben nicht die Strenge. Sehen Sie das bitte auch mal als Befreiung. Ja. Sie dürfen das alles gar nicht. Ja. Sie dürfen nicht, wenn da Kilowatt steht, das plötzlich Joule nennen oder sowas. Ja. Oder wenn da steht, PS, ja, plötzlich die Einheit wechseln. Ja, wir können das. Wir können das einfach mal umetikettieren. Ja, wir haben die Freiheit. So, also persönlich, Sozialkompetenz. Jawohl. Respekt, Wertschätzung, Empathie sind sicher Voraussetzungen. Aber nur mit Wertschätzung und Empathie kommt man vielleicht doch nicht so weit. Vielleicht braucht man auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen. Ja, was sagt man über den Philipp Rösler? Der ist zu nett von der FDP. Ja, um mal ein aktuelles Beispiel hier zu nennen. Ja, der sei zu nett. Der habe kein Durchsetzungsvermögen. Der sagt zu allem Ja und Amen. Ja, also, aber sicher ein sehr empathischer, sympathischer Mensch. Ja. Und ich denke, ein Projektleiter sollte auch sympathisch sein, aber sollte auch Durchsetzungsvermögen haben. Ja, also Durchsetzungsvermögen wäre eine weitere persönliche Geschichte. So, was haben wir noch an Fachkompetenz? Da haben wir, glaube ich, noch nichts dafür. Fachkompetenz. Was sollte der Projektleiter kennen und können an Fachkompetenz? Oder fragen wir mal anders. Braucht der Projektleiter Spezialistenwissen? Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Ja, er braucht eher einen koordinierenden Fachverstand. Also, wie man Dinge koordiniert. Ja, das wäre so seine Fachkompetenz, dass er Koordinationsvermögen hat. Ja, dass er Dinge integrieren kann. Dass er Generalist ist. Ja, seine Fachkompetenz ist eher die eines Generalisten, denn die eines Spezialisten. Wobei es hier Gegenbeispiele gibt. Ja, es gibt auch Projekte, da setzt man an die Spitze einen Spezialisten für ein bestimmtes IT-System, eben weil es um die Einführung dieses IT-Systems geht. Also, auch das kann nicht unbedingt immer falsch sein. Aber tendenziell ist der Projektleiter eher ein Generalist, denn ein Spezialist. Ja, also seine Fachkompetenz ist eher Generalistentum, denn Spezialistentum. Gehen Sie mal an.